Du bist nicht vorbereitet! Gut, ich kann jetzt schon sagen, ich bin mit Schurke übertrieben schlecht. Aber ich meine, machen wir das Beste draus. Schauen wir einfach, was wir machen können. Wir können uns hier mal Todesurteil machen, dann können wir gleich mal rollen. Uh, gute Roll, gute Roll. Ich würde gerade gerne auf dem Orb gehen. Die stehen alle so gestackt auf einem Fleck. Ich will da gerade ungern reingehen. Wobei, wenn irgendwelche Leute jetzt kommen, maybe... Ich meine, stunnen wir einfach mal. Wobei, jetzt hat genau der andere gestunnt. Das war schlecht. Das war schlechtes Timing. Feierst dann nochmal. Können den hier kurz blinden, dann laufe ich genau in den Pfeil rein. Und dann kicken wir den mal. Und dann switchen wir einfach mal auf den Healer hier. Wobei, die switchen auf mich. Gehen wir mal Parry. Maybe. Ein bisschen Damage. Gehen wir hier nach unten. Dann haben wir Damage mit Jus. Und gehen wir den ein bisschen kiten. Gehen wir ihn slowen. Wobei, slowt der Schuss nicht? Ach doch, jetzt. What the fuck? Ich wollte gerade sagen. Können wir natürlich Finte ziehen, damit wir nicht so viel Schaden kriegen. Und ich glaube, dass er jetzt drauf geht. Zumindest kriegt er schon wieder einen Stun. Das sieht nicht so bad aus bisher. Ich meine, ich müsste mal wieder rerollen. Das vergesse ich gerade die ganze Zeit. Ja, jetzt brauchen wir nochmal einen Roll. Da haben wir schon mal den ersten down. Ähm, die haben so viele Heiler irgendwie. Die stacken ja alle so auf einem Fleck die ganze Zeit. Schauen wir mal, dass wir den hier mal kurz stunnen. Wobei, jetzt habe ich in den anderen Schurken seinen Stun reingestunnen. Das war auch nicht so schlau. Und der eine dreht hier ein bisschen auf mir durch. Den können wir kurz kicken. Maybe Stun können wir nicht mehr. Egal. Tod ist Tod. Ich muss schauen, dass ich hier über eine Death City ziehe. Und ich vergesse die ganze Zeit, dass ich meine Symbole wieder... Ah, meine Symbole, sag ich Todesurteile, usen kann. Warte, warum lebt der wieder? Warte, what happened? Nein! Wieder ranziehen. Gut, gehen wir lieber auf den hier. Äh, ich kann leider mit dem einen oben gerade nichts machen. Der castet halt einfach durch oben die ganze Zeit. Ich habe leider keine Smokebomb oder generell irgendwas in der Art. Fullstun. Und ich glaube, die fokussen mich gerade. Zumindest fühlt es sich so an. Ich meine, ich kann hier mal kurz vanischen. Lass mal eventuell nicht draufgehen hier. Ach, ich habe keinen... Nein! Jetzt habe ich den Ghoul gestunt. Oh Gott, bin ich shit, Mann. Das gibt es halt echt nicht. Wir führen, oder? Doch, wir führen aber. Egal, wir gehen mal auf den Heiler hier. Wäre geil, wenn mich irgendwer healen würde. Ich kann das hier kicken. Schauen wir das mal nochmal. Finischen. Wunderbar. Rollen wir nochmal. Zweier-Roll schon wieder. Uh, da stunned er mich mit dem Pad. Gehen wir auf jeden Fall mal auf den guten Magi hier. Der blinkt aber schon. Der laggt, oder? Der ruckelt hier gerade die Stiege hoch. Uh, da ging mein Todesurteil und der Finisher. Ähm, noch in den Block rein, Mann. Ich würde gerade so gern Stealthen. Okay, der ist tot. Ich würde gerade so gern Stealthen. Warum spielen die das ganze Game dort oben? Das habe ich auch noch nicht verstanden. Und was ich noch nicht verstanden habe, warum ich in Fight bin. Ich glaube, der Lock will mich. Der Demon Hunter ignoriert mich zumindest mal. Ach, jetzt stellt er gerade noch Portal auf. Egal, wir stunned ihn einfach hier oben. Das ist das erste Mal, dass ich hier ein One-on-One machen kann. Jetzt können wir gleich CD reinboxen. Den 4 trinketen wir einfach. Und schauen wir, ob wir den Down kriegen. Wunderbar. Dann blinden wir den Magier, holen uns das Orb. Der Magier zieht hier instant seinen CD. Dann können wir hier einfach Cloak usen gegen seinen. Weil Schwarzblitz würde uns ein bisschen viel Schaden zufügen. Deswegen gehen wir hier einfach ein bisschen nach unten. Baiten den hier rein. Der kann nämlich nicht auf mich casten hier. Kann den allerdings hier kicken. Ich habe keine Ahnung, was der Magier gerade vorhat. Aber irgendwie stickt hier sonst keiner mehr auf mir. Deswegen machen wir uns hier mal ein bisschen aus dem Staub. Uh, der war lucky. Der freeze-brockt nämlich nur random. Und der freeze mich halt genau in dem Moment. Wir können ihn mal kurz supporten. Auf dem DK. Wobei, da geht Korps-Shield. Das heißt, da haben wir auch wieder keine Chance. Der zieht hier das Orb neben mir. Müssen wir ja noch ein bisschen... Eventuell kann ich stun? Ich kann den stunnen. Ich habe keinen Schimmer gerade, wo der Magier ist. Er ist dann in die andere Richtung geblinkt. Aber egal. Nein! Wieso? Wieso versäume ich immer den Reds? Ich nehme mir einmal ein Orb und in dem Moment wipen die unsere ganze Gruppe gefühlt. Ach, wir haben nur einen Heiler. Ich glaube, die haben zwei, oder? Doch, die haben zwei Heiler. Hm. Ich mache aber, glaube ich, fast überhaupt kein Damage irgendwie. Nein. Ich mache gar nichts. Warte, hat hier keiner einen Prestige-Rang? What? Spiele ich nur mit Leuten ohne Prestige gerade? Nur Leute ohne volle Ehrentalente. Das ist ja eine coole Balance irgendwie. Das erklärt aber auch die Wartezeiten halbwegs bei den BGs. Weil meistens ist es um die vier bis fünf Minuten. Ähm. Ich glaube, er stirbt gerade. Zumindest sieht es mir stark danach aus. Äh. Die haben zumindest zwei Orbs nach wie vor. Wir führen gerade noch ein Minimalst. Hier haben wir noch den Tank. Den stunnen wir erstmal. Und schauen wir mal, ob wir den Down kriegen fix. Können wir Double Finisher rein. Da dann nochmal ein Sandbrock. Und jetzt rollen wir nochmal. Weil der ist eh tot. Der Magier ist so mad auf mich. Und ich weiß nicht warum überhaupt. Der hat instant Insignia draußen. Den können wir natürlich weiter slowen. Können wir wieder drauf schießen auf ihn. Können wir natürlich weiter. 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 Und... Full stun. Und dann boxen wir nochmal ein bisschen Schaden raus gegen ihn. Und da ist er auch schon tot. Der Demon Hunter geht auch auf uns. Den können wir wieder auf stunnen. Please. Können wir nochmal kurz stunnen. Und ich stehe genau in dem Shit drinnen. Uh. Der schießt sich nach oben. Der trifft mich allerdings hier drüben nicht. Jetzt haben wir schon mal drei Orbs. Gerade keinen Stun für den. Wobei jetzt können wir ihn kurz stunnen. Und der ist auch dead. Mich nervt das halt immer, wenn ich ne Klasse nicht ordentlich spielen kann. Dass ich halt dann so derart reinsacke das ganze begehe. Aber egal. Ich mein. Man wird nur besser wenn man spielt. Also. Darf mich da nicht aufregen. Äh. Wir gehen mal auf den DK. Der DK ist allerdings schon tot. Dann stunnen wir den hier mal full. Dann müssen wir hier ein bisschen Schaden raus bringen. Rollen können wir auch mal wieder. Das vergesse ich auch dauern. Äh. Ich würde mir grad gern den Bersi gönnen. Ignoriert er mich hier? Ich dachte er ignoriert mich einfach. Die zwei Healer sind hier. Wir können den hier zappen. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir den down mit ganz viel Glück. Können wir nochmal nachstunnen. Können wir den hier inline. Dann blinden wir den drüben. Ich schätze mal der hat aber ne Insie ab oder? Ne hat er nicht. Wunderbar. Okay. Das war nicht so schlecht gespielt. Aber ich mein der Druide hat mich halt supported. Der Druide hat dann nochmal nachgestunnt. Wir können das Totem hier ganz fix killen. Damit dann er zu viel heilt. Der ist allerdings im Wall. Das heißt ich habe je keine Chance den down zu kriegen gerade. Das lassen wir allerdings mal kurz. Äh. Ich glaube der Allianz gibt gerade ein bisschen auf. Ich würde mich gerne hier drüben einmischen. Wobei das sind ein bisschen viele auf einem Fleck. Der Magier unter anderem auch. Ich mein wir stun nochmal nach. Nein. Der ist schon immun. Was? Wer hat denn so oft gestunnt? Alter. Wir können den DK hier mal stunnen. Uh. Instant Insigne. Wieder DK mich? Nein. Der weiß irgendwie nicht was er will. Nein. Ich kann die ganze Zeit nur laymen gerade. Ich würde gerade gerne auf den Magier gehen. Können schauen was wir den weiterhin geslowed halten. Dann ziehen wir mal cooldown. Wobei das war so bad gerade. Nein. Dann kicken wir den mal inline bei Frost. Dann kann der nämlich in den Eisblock gehen. Und das wird ihm hier. Naja gerade nochmal ready. Das wurde ihm hier fast zum Verhängnis. Wobei er geht schon raus. Äh. Immer wenn ich switchen will ist es zu spät man. Wir gehen auf jeden Fall mal auf den hier. Können wir hier kurz den Finisher reinhauen. Ich muss wieder rollen. Ganz übersehen. Adrenalin Rush. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Schaden gegen den raus. Können den ersten Cast kicken. Dann gehen wir den Fullstun. Vielleicht gehen wir hier einfach Cloak. Weil der eine gerade auf mir stickt. Wir gehen Parry auch noch. Der andere stickt auch auf mir. Und da kommt auch schon Spirit Link. Allerdings sehe ich das tot in mir. Doch da war es. Uh. Fullstun. Nein nein nein. Unsere ganze Gruppe ist tot. Ich würde gerne Vanishing. Vanishing Sprint. Ich werde mich gleich aufgedeckt von den Dots. Weil ich habe keinen Cloak und nix. Uh. Die drehen da gerade das BG nochmal. Steht zumindest beim Hitroiden gerade. Der pumpt mich hier ein bisschen gegen. Ich wäre froh wenn er mich dispeln würde. Aber er dispelt mich nicht. Nein. Ich kann halt nicht reingehen. Weil ich werde instant wieder aufgedeckt. Und ich schätze mal dass der uns runter grippen will. Ja. Der grippt auch schon unseren Heiler. Aber. Ich kann halt so gut wie nett supporten gerade. Ich würde halt echt zu gern Stealth gehen. Aber. Gut. Gehen wir lieber mal. Uh. Das Totem. Ich krieg's nicht. Egal. Da wird einfach insi geused. Und das war so bad. Äh. Wir müssen auf jeden Fall die Orbs killen. Sonst fahren wir hier nochmal ein Loose rein. Ich habe gerade nix an Mobility ready. Allerdings lassen wir mich Stealthen. Das heißt wir reopenen hier mal ganz kurz. Dann schauen wir dass wir eventuell nicht das Totem blinden. Sondern den guten hier. Holy shit. Was spiele ich hier. Wenigstens ein einziger guter Play war dabei. Da kann man ja schon mal klatschen man. Ähm. Ich habe vergessen zu würfeln. Wieder mal. Der schiebt den hier außer Range. Den können wir gerade noch kicken. Und er ist auch schon tot. Äh. Ist recht praktisch wenn die noch keinerlei Dingtalente haben. Das Totem können wir killen. Weil sonst wird der. Restliche Heal. Was er hier overhealt. Ähm. In das Totem gesteckt. Und dann. Explodiert das nochmal für die Heilung. Ah. Die picken schon wieder alle Orbs. Und wir haben keine. Neiiiiiin. Fullstun. Mit CDs. Ich glaube ich kann den killen. Maybe. Mit viel Glück. Neiiiiiin. Ich kann einfach vanishing bis er wieder unten ist. Und kann ihn unten nochmal restunnen. Wobei. Nein. Ich werde aufgedackt vorher. Neiiiiiin. Ok. Er dasht von mir weg. Vielleicht können wir ihn rein baiten. Schauen wir einfach mal. Nein. Was. Nochmal stun. Ja. Ich habe mein erstes 1&1 gewonnen. Kann man ja nochmal Stealth gehen. Dann stun wir den hier gleich mal. Ich sollte eigentlich dafür sorgen, dass wir das BG gerade nicht verlieren. Fällt mir jetzt erst auf. Weil die haben nämlich gerade fast alle Orbs. Ich würde hier gerade rein gehen. Ich habe gerade meine ganzen cooldowns gewastet gegen den ein. Ähm. Das war nicht so schlau. Kann ich. Ich kann hier nicht zappen. Wobei. Ich kann einfach hier cheap shotten. Und kann auf dem fix openen. Vielleicht können wir den down. Den haben wir down. Dann gehen wir hier mal auf den vier. Gehen wir mal parry. Uh. Stuntotem. Ich move wieder nicht raus man. Meine Reaktionen sind zu slow. Zu slow am Bean. Können wir nochmal ein bisschen reinrotzen. Ich brauche mal einen Roll. Ich habe gerade keinen Kick und nichts gegen den. Das heißt ich kann ja nicht viel machen. Außer jetzt kann ich stun. Und da ist er auch schon tot. Und jetzt den Heal Monk haben wir auch nochmal. Und zum Abschluss. Gehen wir uns nochmal fixen Orb besorgen. Ach doch. Wir haben schon einige. Doch wir haben drei Orbs. Okay. Das ist auf jeden Fall unser Win jetzt. Dann gehen wir hier nochmal rein. Können uns nochmal hier auf dem Lock sticken. Den Lock können wir nochmal stun. Dann haben wir nochmal cooldown ab. Ein bisschen Bursten hier gerade. Cloak weil der eine gerade in mich reinballert. Kann ich da noch oben? Nein. Egal. War auf jeden Fall ein witziges WG. Also Outlaw macht wirklich Bock. Ihr könnt mir gerne reinschreiben in die Kommentare. Ob ich mehr damit spielen soll. Ansonsten. Schaden war jetzt nicht so geil. Ich meine ich habe halt kaum AOE als Rogue. Ab und zu dieser Schuss der explodiert. Aber ansonsten dominieren natürlich die Klassen die ein bisschen mehr AOE haben. Aber nichtsdestotrotz geiles WG. Ich hoffe natürlich dass es euch gefallen hat. Wenn ja. Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt. Ab damit unten in die Kommentare. Vergesst doch nicht mehr auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links sind immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Track 7-n-y. Grazy-Tack-N-X-g. 5.1-y. 1.5-2-2.